Willkommen zum letzten Mal Nummer 109 und heute auf der 5 Kilometer Strecke beim Stiftslauf in Nottuln. Bei regnerischem Wetter, wie ihr gleich seht, wir hören uns erstmal den Start an und dann gebe ich meinen Senf dazu ab. Das kennt ihr ja. So, auf die Plätze. Fertig, los. Und da geht es auch schon los. Hier noch kein Regen, aber ihr seht schon die Straße relativ nass. Es hat den ganzen Tag geregnet, es war ziemlich kalt, deshalb auch mit langen Oberarmklamotten hier unterwegs und dementsprechend gleich auch mal so richtig schön Regen und Wind oben. Ihr seht auch, es geht immer so ein bisschen hoch und runter hier in Nottuln, also so flach ist das Münsterland manchmal schon gar nicht. Es sind natürlich keine großartigen Berge, aber strengt schon an. Hier geht es erstmal eine kleine Runde durch die Stadt und dann geht es eine Runde ein bisschen außerhalb, bis wir dann wieder zurückkommen. Ich bin auch bei diesem Lauf heute wieder beide Strecken gelaufen, 5 Kilometer und eine Stunde später, nachdem ich im Ziel war, dann auch wieder die 10 Kilometer. Denn ich wollte heute einfach mal einen richtig guten Trainingstag haben, wo ich eben zwei Strecken da mit ordentlicher Geschwindigkeit laufe und einfach mal gucke, was bei dem ersten Wettkampf jetzt langsam wieder geht. Denn die Saison fängt jetzt etwa wieder an. Das heißt, es gibt jetzt fast jedes Wochenende wieder einen Wettkampf und dadurch natürlich auch mehr Laufvideos. Die letzten Wettkämpfe waren dann eher so Crossläufe und so, wo man dann eben auch keine nachgemessenen Strecken hat und so weiter. Und dementsprechend natürlich auch die Zeiten nicht vergleichen kann. Aber jetzt geht es wieder richtig los. Dementsprechend hier erstmal 5 Kilometer und das Ganze auch aus dem Training raus. Das heißt, ich habe den Tag vorher nochmal 1000 Meter Intervalle auf der Bahn gemacht, so in 3,07, also auch schon relativ zügig. Da die Temperaturen aber relativ kalt waren, so um die 8, 9 Grad plus der Regen noch, ist es dann so gewesen, dass auch der Oberschenkel ein bisschen mitgenommen war. Das heißt, da sollte man vielleicht doch dran denken, nächstes Mal auch mit etwas dickeren Hosen zu laufen oder zu trainieren zumindest, damit der Oberschenkel nicht zu sehr auskühlt. Denn dann kann man schon mal sehr schnell auch Zerrungen bekommen. Und ich hatte auch heute dann eben dementsprechend ein bisschen Muskelkater, eine kleine Zerrung im Oberschenkel. Aber das Ganze ging beim Aufwärmen dann auch langsam wieder weg. Hier sieht man relativ enge Wege, die auch ziemlich schlammig waren. Ich laufe dann mit Schuhen gerade so kurze Strecken, die dann relativ wenig Profil darunter haben. Und dann bin ich hier auch schon die ganze Zeit weggerutscht. Aber das war so eine Strecke von 200 Meter. Nachher geht es auch nochmal durch den Wald. Das heißt, man sollte sich die Strecken vielleicht vorher mal so ein bisschen angucken auf Google Maps. Wo gehen die so her? Ist das jetzt Straße oder nicht? Welche Schuhe ziehe ich dann vielleicht an oder welche lasse ich lieber zu Hause? Ansonsten die Strecke sehr abwechslungsreich. Hier mal kurze Wege, nachher geht es noch durch den Wald. Berg hoch, bergrunter, alles mit dabei heute. In diesem kleinen Lauf, durch die Stadt, übers Land. Also wirklich sehr abwechslungsreich. Und hier die Wege natürlich auch sehr eng. Da kommt man den anderen Leuten dann schon öfters entgegen beim 10 Kilometer Lauf, wo es dann zwei Runden sind. Und da ist natürlich der Fahrradfahrer sehr gefragt, dass er dann Platz macht. Weil nicht jeder denkt daran, dass da von vorne jemand kommt. Deshalb hier natürlich auch sehr eng. Der erste Kilometer, wie ihr seht, hier so mit 3, 14, 13, irgendwie sowas durch. Das Tempo war relativ locker. Ich bin auch vorne alleine gelaufen. Die anderen waren nachher mit zwei Minuten Rückstand dann im Ziel. Von daher hatte ich jetzt auch keine großen Anstrengungen. Jetzt hier beim 5-Kilometer-Lauf. Das ging, obwohl ich trotzdem dann noch relativ zügig gelaufen bin. Weil ich mich auch einfach gut gefühlt habe. Und natürlich jetzt nicht unbedingt dann mit einer extrem langsamen Zeit dann auch ins Ziel wollte. Hab dann hier so ein bisschen geguckt, was geht mit den Beinen und so. Und wollte dann einfach auch so das 10 Kilometer Tempo so ein bisschen reinkriegen. Das Ganze war dann auf 10 Kilometern auch so, dass das ungefähr jetzt die Geschwindigkeit ist vom 5-Kilometer-Lauf, die wir auf den 10 Kilometern dann auf den letzten 5 Kilometern zumindest hatten. Und dementsprechend natürlich auch eine sehr gute Grundvoraussetzung. Cool natürlich auch, dass man hier die Leute dann so mal sehen kann. Vor allen Dingen, wenn man natürlich dann mit Leuten sich ein bisschen bettelt oder so, kann man auch immer gucken, wo sind die gerade, wie viele sind hinter mir. Aber natürlich auch sehr viele Kurven, wie ihr gesehen habt. Sehr enge Kurven, wo dann Tempo natürlich völlig rausgeht. Und hier geht es jetzt auch richtig schön berghoch. Das heißt, nicht unbedingt eine Strecke, wo man jetzt Bestzeiten auch erwartet, gerade bei den Wetterverhältnissen hier. Und dementsprechend bin ich auch sehr zufrieden, dass ich dann auf den 10 Kilometern später eine neue Bestzeit gelaufen bin. So viel kann ich auch vorwegnehmen, weil ich das dann nicht auf Video habe. Und die Bestzeit ist dann 30 Sekunden unter meiner bisherigen Bestzeit schon gewesen. Ich bin 33, ich glaube 26 war es jetzt gelaufen. Und dementsprechend natürlich extrem zufrieden, wie die Form gerade ist. Da scheint wohl einiges richtig zu gehen. Gerade mit den Bedingungen, wie gesagt. Also da bin ich sehr gespannt auf die nächsten Wettkämpfe. Und der Halbmarathon jetzt in den Amstetten, der steht wahrscheinlich auch noch an am Freitag. Das heißt, da kommt so einiges. Ihr könnt auch mal unten so ein bisschen auf die Werte achten. Die Wattwerte, wo es jetzt hier berghoch geht. Das Tempo geht natürlich extrem runter. Vier-Minuten-Schnitt jetzt. Aber die Watt sind natürlich jetzt deutlich höher als noch vorher. Da sieht man auch mal, wie ich dann eben so ein bisschen Tempo am Berg rausnehme, weil ich dann doch eher nach Watt laufe. Das bedeutet, ich laufe lieber langsamer, aber laufe dann eben meine 330 Watt oder sowas und kann dann eben nachher beim Bergab das Ganze auch wieder aufholen. Das ist eben eine sehr gute Sache, wenn man dann mit Watt läuft, dass man sich eben nicht auf die Pace oder seine Herzfrequenz verlassen muss, weil die braucht auch ein bisschen, bis sie eben nachkommt. Dann laufe ich eben lieber nach Watt und schaue dann eben, dass ich da in einem Bereich bin, wo ich mich eben dann wiederfinde, was die Zeit am Ende betrifft. Und die Temperatur, die oben steht, das ist natürlich die Temperatur, die an meinem Handgelenk gemessen wird. Und ihr seht jetzt schon hier, wie es langsam anfängt zu regnen. Und das Ganze war dann so ein Eisregen, also war ziemlich kaltes Zeug, so halb Schnee, halb Regen. Und das ging hier oben jetzt gleich richtig ab. Gleich, wenn ich da hinten um die Kurve biege, nach links, dann gab es richtig Gegenwind. Und da konnte selbst der Fahrradfahrer nicht so wirklich gegen an. Das heißt, da bin ich dann auch vorbei und ein bisschen schneller gelaufen. Hier die nächste Durchgangszeit bei 2 Kilometer, dann 6 Minuten 45, ist natürlich, muss man immer mit berechnen, dann eben auch der Berg. Das heißt, man weiß natürlich, wo es dann berghoch geht, geht es auch irgendwann mal wieder runter. Und da kann ich die Zeiten dann auch wieder aufholen, wenn ich dann irgendwie mir vorgenommen habe, eine bestimmte schnelle Zeit zu laufen oder so. Und man ist eben ein bisschen drunter, weiß man aber, sollte man keine Panik bekommen, sondern weiß natürlich ganz genau, okay, nachher wird es aber wieder schneller, geht es wieder bergab und dann passt das wieder. Jetzt geht es hier auf den richtigen Gegenwind zu und da habe ich dann auch gleich ein bisschen geflucht. Man kann sich ein bisschen immer an den Windrädern orientieren, woher der Wind genau kommt. Und auch hier ein bisschen im Windschatten laufen, hat aber nicht funktioniert, weil der Fahrradfahrer auch nicht hinterher kam. Ja, das war wirklich richtig hart hier oben, also man sieht schon. Und der Gegenwind dann noch bei, das war dann auch richtig kühl. Und die Temperatur geht auch oben schon am Handgelenk runter. Und das sieht man natürlich auch unten am Tempo. Da bin ich dann bei 3,40, 3,30, also relativ langsam dann unterwegs. Und das zieht natürlich dann auch einiges raus, was dann am Ende die Endzeit betrifft. Deshalb bin ich da umso froh, dass ich hier auf den 10 Kilometern, wie gesagt, in der Neubestzeit gelaufen bin. An der Herzfrequenz oben seht ihr aber auch, dass ich da nicht voll gelaufen bin. Das heißt hier 186, so die Ecke. Meine maximale Herzfrequenz, wenn ich wirklich alles gebe, schwankt immer so zwischen 190, 195, so die Ecke. Geht aber auch mal richtig hoch auf 200. Meine maximale Herzfrequenz ist so bei 104. So, hier seht ihr jetzt schon die ganzen Tropfen auf der Linse. Ich hoffe, man kann trotzdem ein bisschen was erkennen. Ihr habt jetzt kein LSD genommen, keine Angst. Das ist ganz normal auf der GoPro, wenn die ein bisschen nass ist. Geht aber auch gleich wieder weg. Hier geht es dann bergab. Hier freut man sich dann so richtig, wenn es dann endlich wieder runter geht. Ihr seht dann unten, die Wattzahl geht natürlich jetzt runter, weil es bergab geht. Dafür geht die Geschwindigkeit jetzt mal so richtig hoch. Da ist man bei 3 Minuten. Dann lässt man auch einfach laufen und dann passt das Ganze wieder. Allerdings so als kleinen Tipp gebe ich euch auch mit, dass wenn ihr gerade so harte Bergabpassagen habt, dass ihr es nicht unbedingt übertreibt und dass ihr da immer noch so ein bisschen an eure Technik auch denkt. Denn ansonsten kann das sehr schnell auf die Gelenke gehen, auf die Knie gehen oder vor allen Dingen natürlich auch auf das Schienbein. Dann gibt es dann sowas wie Schienbeinkantensyndrom oder sonstige Dinge, die da natürlich nicht so schön sind. Also gerade beim Bergablaufen sollte man da schon ein bisschen vorsichtig sein, auf Technik achten und das Ganze vielleicht auch mal vorher trainieren. Denn das sind dann meistens so Belastungen, die man nicht im Training mit drin hat, weil man immer eine flache Strecke hat, bergauf läuft. Und dann vergessen die Leute das Bergablaufen und holen sich dann bei so einem Wettkampf, wo es dann richtig bergab geht, dann eben was weg. Deshalb kleiner Tipp an euch, trainiert auch bergab laufen. 3 Kilometer Durchgangszeit war dann eben hier so knapp 10 Minuten, also da schon ganz gut unterwegs. Da weiß man dann auch, okay, da habe ich jetzt dann unten, wenn ich hier unten bin, geht es jetzt nochmal durch den Wald, ist auch relativ gerade die Strecke, geht nur noch bergab dann so ein bisschen. Und dementsprechend kann man da am Ende dann auch sich ungefähr eine Zeit ausrechnen. Und wenn ich jetzt nochmal 6,45 draufrechne, die ich für die ersten 2 Kilometer gebraucht habe, wäre ich schon bei 16,45. Ging ja auch noch berghoch und so weiter und dementsprechend sollte das am Ende wohl eine gute Zeit werden. Seht ihr natürlich oben auch an der Herzfrequenz jetzt, wie die runtergegangen ist, 181. Bei so kalten Temperaturen kann die Herzfrequenz natürlich auch mal niedriger sein als bei warmen Temperaturen. Das heißt, auf die Herzfrequenz kann man sich eben nicht immer 100%ig verlassen. Das kann mal 10 Schläge höher oder niedriger sein. Wenn das jetzt 30 Grad gewesen wären, wäre ich jetzt bestimmt bei 192 statt bei 182. Und deshalb laufe ich, wie gesagt, persönlich lieber nach Watt, weil das dann eben relativ genauer ist im Gegensatz eben zur Herzfrequenz. Also solche Sachen muss man dann schon mit einberechnen. Wenn ihr das macht, ist natürlich eine gute Sache. Ich achte immer auf beides. Das heißt, ich schaue sowohl auf die Watt, aber eben auch auf meine Herzfrequenz. Weil wenn die Temperaturen dann eben bei 30, 35 Grad sind und ich habe jetzt die gleiche Wattzahl, dann ist meine Herzfrequenz natürlich auch irgendwo bei 195 und da muss ich eben Tempo rausnehmen. Dann ist die Wattzahl wieder völlig egal, weil die Temperaturen so hoch sind. Es ist alles ein bisschen schwierig, aber man muss das einschätzen, lernen und können. Und dann funktioniert das auch irgendwann. Hört sich auch komplizierter an, als es am Ende ist. Aber ihr wisst am Ende, dass ihr, wenn ihr nach Herzfrequenz lauft oder Tempo lauft, dass ihr solche Sachen wie eben das Wetter, die Bodenbeschaffenheit, wenn ihr durch den Wald lauft, dann habt ihr natürlich nicht so die Rückmeldung vom Boden oder Leg Spring Stiffness sagt man. Das bedeutet, dass ihr nicht so gut federt, wie eben auf Asphalt. Ja, am Ende war es dann eben so, dass bei den 5 Kilometern ich jetzt mit 16, 28 in Ziel gekommen bin. So viel kann ich auch schon mal vorweg nehmen, weil der 5 Kilometer Lauf bietet jetzt auch keinen spannenden Schlussspurt oder ähnliches mehr. Als Zweiter kam dann Julian Kuhlmann aus Münster in 18, 22 in Ziel und Moritz Niehoff. Alle so relativ nah beieinander. Die haben sich da wohl hinter mir noch richtig gebettelt, alle. Und auf den 10 Kilometern war es dann sehr spannend. Da bin ich dann mit Tom Thiemann und Christian Lesing gelaufen, der in Coesfeld noch vor mir war. Und Tom Thiemann, mit denen habe ich mich dann in Steinfurt letztes Jahr auch gebettelt. Da habt ihr dann auch das Video wahrscheinlich gesehen. Und da konnte ich ihn, den Tom, auf den letzten 200 Metern noch überholen und habe dann noch einen Schlussspurt hingelegt. Jetzt bei diesem Lauf war es so, dass wir die ganze Zeit zusammen waren. Christian musste dann nach der ersten Runde so ein bisschen abreißen lassen. Aber der Tom, der hat dann immer weiter Tempo gemacht. Wollte jetzt in zwei Wochen auch die Quali für die deutsche Meisterschaften oder sowas holen in 15 Minuten auf 5 Kilometer. Also auch ein sehr, sehr schneller Läufer. Dementsprechend war es auch ein sehr schneller Lauf und sind dann die ganze Zeit auch zusammengelaufen hier. Und am Ende hat er dann aber auf den letzten 100 Metern im Schlussspurt ein bisschen die schnelleren Beine gehabt. Dann ist er mit 33,22 rein und ich mit 33,26. Das war dann ein Lauf, den er für sich entscheiden konnte. Natürlich so ein bisschen die Vorbelastung hier, aber ich hatte auf den letzten 100 Metern dann auch irgendwie keine Ambitionen mehr, da nochmal Gas zu geben. Ich wusste, dass ich eine neue Bestzeit habe und das hat mir dann persönlich erstmal gereicht. Von daher auch eine sehr gute Sache. Also steht es 1,1 und wir schauen einfach mal. Die nächsten Wettkämpfe dürften dann richtig spannend werden. Und ich bin auch erstmal gespannt, wie es jetzt auf dem Halbmarathon aussieht am Freitag, was da so geht. Ob da vielleicht auch eine neue Bestzeit geht. Sollte eigentlich funktionieren. Und dann schauen wir mal. Dann steht am Ende des Monats auch noch der Triathlon in Steinfurt an, wo ich die Mitteldistanz laufe. Also das Triathlon-Training ist für mich aber nur so ein kleines extra obendrauf zum Lauftraining. Das heißt, ich möchte jetzt nicht hauptsportmäßig den Triathlon machen, sondern die Hauptsportart wird immer noch das Laufen bleiben. Der Triathlon ist nur ein kleines extra obendrauf. Habe mich auch angemeldet für den Ironman in Hamburg. Das wird natürlich eine große körperliche Herausforderung für mich. Aber ich habe ja auch schon 24 Stunden Hindernisläufe und sowas gemacht. Das heißt, es ist mehr so eine Kopfsache, das Ganze dann auch durchzuziehen, als dann am Ende. Natürlich geht es jetzt nicht um den Sieg oder Zeiten bei mir, sondern es geht wirklich nur um den Spaß. Was Neues auszuprobieren und dann entsprechend auch mal eine neue Sportart mit einbauen. Weil ihr könnt pro Woche, könnt ihr nicht sieben Tage laufen oder zweimal am Tag. Da macht es schon Sinn, einmal schwimmen, einmal Radfahren oder so dann am Tag mit einzubauen. Und das ist für mich so gerade der Anreiz, den Triathlon zu machen, damit ich entsprechend auch zusätzlich zum Laufen eben gut und qualitativ trainieren kann, ohne meine Beine zu überlasten. Und das scheint zu wirken. Also man sieht, die Zeiten werden immer besser. Und ich freue mich, wenn ich vielleicht dieses Jahr dann 15er Zeiten auf 5 laufe und mit 32 oder vielleicht sogar Richtung 31 auf 10. Und was auf dem Halbmarathon-Marathon geht, das werde ich einfach gucken. Und für mich ist das Ganze einfach viel Abwechslung. Ich habe Spaß am Laufen und ich konzentriere mich jetzt nicht auf eine Strecke, sondern mache einfach das, was mir Spaß macht, worauf ich Bock habe. Und was da am Ende daraus wird, ob es dann Platz 1, 2 oder 3 oder was auch immer wird, ist auch eigentlich völlig egal. Hauptsache ich verbessere mich selber. Und dementsprechend lasse ich euch jetzt mal alleine mit den Schlusseindrücken hier. Und dementsprechend sehen wir uns bei den nächsten Läufen wieder. Schreibt gerne eure Kommentare. Wenn ihr meinen Kanal und die Läufe unterstützen wollt, schaut in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das bei Patreon oder so gerne machen. Dann kann ich natürlich noch viel mehr davon machen. Also bis zum nächsten Lauf und bis dann. Dann geht es nachher. Der Lauf und bis dann unter 50 Minuten hat. Ich spüre doch mal her, dass ihr eine super Zeit hier habt. Mit Headkamera. Wird er jetzt mit 16, 27 bis 4 laufen. Absolute Topzeit. Und das für diese Strecke dran muss, dass man davon hinweg eine ordentliche Steigung mit bewältigen muss. Dann geht es nachher zwar relativ stein wieder bergab.